Ich hoffe, Sie hatten schon 1, 2, 3, 4 erhellende Vorträge heute hier und ich hoffe, ich kann Ihnen jetzt noch was Schönes, Entspanntes auf die Ohren geben, was eigentlich auch ein altes Thema ist, wo man auch irgendwann sagen müsste, eigentlich ist das jetzt alles alter Quatsch, was der Heinlein erzählt, aber komischerweise stellen wir immer wieder fest, dass sich die Erkenntnisse doch immer nicht so verbreitet haben. Es geht einfach darum, wir selber betreiben seit 20 Jahren Shared Web Hosting, ja, das ist ungefähr so lange seit es www überhaupt gibt und man natürlich insbesondere im Shared Hosting ganz besonders auch darauf aufpassen muss, dass der eine Kunde, der Mist baut, dem anderen Kunden nicht in die Quere kommt und man natürlich eine besondere Verantwortung hat, beziehungsweise in unserem Consulting-Bereich haben wir halt immer wieder auch tatsächlich gehackte Server, wie man da schön dazu sagen kann, das letzte Mal vor 2, 3, 4 Wochen. Und wir stellen eigentlich immer wieder fest, dass das ein und dieselben Ursachen eigentlich sind und dass man das eigentlich alles immer so hätte einfach auch vermeiden können. Das ist also im Prinzip wirklich größer als banales Handwerkszeug, was aber nun mal einfach nicht gemacht wird. Das ist ungefähr so simpel wie, man muss die Haustür absperren, weil man das Haus verlässt, weil wenn man es nicht macht, ja, dann ist halt Pech. Kurz zu uns, für die, die uns jetzt hier vielleicht noch nicht kennen, Heinlein Support, wir sind ein Team von 25 Leuten aus Berlin, machen im Prinzip seit Anfang der 90er Linux und Server alles, was in der DMZ irgendwie stattfindet. Wir haben so verschiedene Geschäftsbereiche, das eine ist eben die Hosting-Sparte, wo wir die Kunden selber betreiben, das andere ist der Consulting-Bereich, wo wir größten als das Wissen und die Erfahrungen, die wir selber am Hosting gesammelt haben, dann irgendwann auch mal an unsere Kunden weitergeben. In meinem Spezialgebiet sind normalerweise Mails, aber da kennen mich vielleicht die einen oder anderen aus dem Mailbetrieb. Und das ist jetzt was, wo es eigentlich ja aus der Not heraus auch mal entstanden ist, um den Administratoren unter uns größten als auch einfach mal erklären zu können, mit welchen Handgriffen sie da wirklich einfach mal auch die Tür abschließen können. Wenn man sich so einen Web-Server anguckt, egal ob das jetzt ein Shared-Hosting ist, wo tausend verschiedene Kunden drauf sind, ich bin der Hoster und der Betreiber, oder ob das mein eigener Root-Server ist, oder mein eigener Server, den ich jetzt irgendwie hier im Landtag, oder was habe ich heute Morgen gelernt, oder sonst wo betreiben möchte, da muss man natürlich erstmal fragen, ja okay, haben wir überhaupt Geheimnisse, wo ist eigentlich das Problem? Weil, Gott, im Prinzip ist es ja ein Web-Server, alles was da drauf liegt, ist öffentlich. Und was soll denn jetzt daran schon großartig geheimnisvoll sein, um einfach mal auf die Idee zu kommen, will ich den überhaupt absichern und so. Bloß wenn man etwas tiefer nachdenkt, naja, das fängt natürlich bei den klassischen Passwort-Dateien an. Sie kennen ja vielleicht alles, HT-Pass-WD oder HT-Access-Dateien, wo ich ja eben auch Verzeichnisse mal mit einem Zugriffsschutz versehen kann. Das gibt ja immer wieder auch diese süßen Anekdoten, dass irgendwie von börsennotierten Unternehmen der Geschäftsberichtleiter vor Abschluss des Börsenendes veröffentlicht worden ist, was dann für größeres Chaos gesorgt hat. Da gab es ja vor zwei Wochen auch so mal die Geheimnisse oder anderen kleinen Ausrutscher und so. Und das sind durchaus Fälle, dass Leute einfach zum Beispiel Dateien gefunden haben, PDF-Dateien gefunden haben auf der Festplatte, die halt schon hochgeladen, aber halt noch nicht verlinkt waren, weil die Leute dachten, naja, Geschäftsbericht.pdf, das laden wir um zweimal hoch und um 18 Uhr setzen wir erst den Link. Und dann gibt es natürlich durchaus findige Leute, die mal ein paar Oles ausprobieren und auf einmal feststellen, so Mensch, aus dem Download-Ordner, da gibt es ja interessante Dokumente, ohne dass die da reingucken können. Aber wo man natürlich dann auch sagt, okay, dazu haben wir ja einen Passwortschutz drauf oder, oder, oder. Aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ein Angreifer oder ein böser Junge das zum Beispiel tatsächlich mal zu sehen kriegt, ja. Darüber hinaus haben wir natürlich gerade im PHP-Bereich immer sowas wie Config-PHP oder Config-Inc oder so, wo natürlich die ganzen Zugangsdaten drinstehen von der SQL-Datenbank, mit denen dieses Portal betrieben wird. Und es ist natürlich total klar, wenn ich die Zugangsdaten zu der Passwort, zu der Datenbank besitze, das Passwort zu der Datenbank besitze, dann kann ich ja natürlich alles machen. Da geht es gar nicht mal mehr heutzutage um, dass ich jetzt auf den Web-Server einbreche, um die Startseite zu manipulieren und irgendwas Tolles zu hinterlassen oder sowas, sondern es reicht mir ja eigentlich nur, die Datensätze in der Datenbank irgendwie schreiben zu verändern. Und schon kann ich alles Mögliche machen, Bilderchen einblenden, I was hier draufschreiben oder eben auch Drive-By-Viren-infiziertes Zeug, Trojaner und so weiter auf der Startseite mit zu verbergen, dass ich dann meine Besucher von meiner Webseite mit runterladen und sich darüber dann eben infizieren. Und klar ist natürlich, dass in diesen Config-Dateien natürlich das Passwort im Klartext irgendwie drinstehen muss, weil meine Applikation muss das ja irgendwo haben, sonst kann sie nicht funktionieren. Irgendwie muss da ja die Information drinstecken, wie ich an die SQL-Datenbank rankomme und wenn ich das zum Beispiel natürlich sehe als Angreifer, dann ist natürlich erstmal ein Großteil meiner Arbeit schon erledigt. Ja, und dann natürlich sonstige geschützte Verzeichnisse, das Redaktionssystem oder sonst was, ob da jetzt so ein HT-Pass-WD-Schutz draufliegt oder irgendwie eine andere Form von Schutz- oder Passwortzugang draufliegt. Es ist natürlich klar, auf Dateiebene komme ich daran immer vorbei, das heißt, wenn es mir irgendwie gelingt, den Webserver auf Dateiebene vor mir zu sehen, liegt das alles vor mir offen und dann kann man natürlich für nichts mehr garantieren. Insofern haben wir natürlich jede Menge schützenswerte Sachen bei uns im Webspace, aber selbst wenn ich den Webspace mal verlasse und mir sonst irgendwie diesen Server angucke, was ist eigentlich, wenn sowas wie Temp, wie Home, wie ETC oder sowas offen rumliegt, offen einsehbar ist. Da sind natürlich auch jede Menge relevante Sachen drin, zum Beispiel Session-IDs von PHP. Wenn er seine Temp-Dateien anliegt und die liegen da drin und dann habe ich Session-IDs, vielleicht sogar mit Werten, vielleicht sogar mit Werten, wo sogar Passwörter mitgespeichert werden, wenn meine Applikation das aus irgendeinem Grund so macht, dann kann ich A, vielleicht fremde Zugangsdaten klauen, oder vielleicht auch fremde Sessions klauen, je nachdem, wie gut das gegen Hijacking abgesichert worden ist, aber natürlich sind diese Informationen eine Menge wert. Auch irgendwie das ETC-Verzeichnis, da gibt es eine Passwort-Datei, da sind die Root-Accounts drin, selbst wenn ich personalisierte Root-Accounts habe. Ich habe deswegen noch lange nicht das Passwort dazu, aber wenn ich erstmal weiß, wie die Jungs heißen, wenn sie sich einloggen, dann kann ich das natürlich wesentlich leichter erraten oder auch wesentlich leichter vielleicht als nächsten Schritt für ein Social Engineering irgendwie nehmen, dass ich halt ein gewisses Vorwissen leichter präsentieren kann und dadurch eben glaubwürdiger bin, wenn ich da einfach mal so frage oder so. Oder es hilft mir einfach an verschiedenen Stellen, wenn ich allein solche Informationen besitze. Was wir natürlich auch in ETC haben, ist klar, das ist sowas wie Netzwerkinformationen. Wie viele Netzwerkkarten hat das? Wie heißt das Management-Netz, was hinten dran ist? Wie heißt der Backup-Server, der sich hier mit uns connectet? Gibt es Bereiche, wo vielleicht wenig Schutz ist? Komme ich vielleicht über das Management-Netz an der Firewall vorbei an ein anderes Server ran und die Dienste, die ich außenrum nicht sehen würde. Also auch Routing-Informationen, IP-Adress-Informationen, Host-Namen, DNS-Resolver und so. Wir haben natürlich auf dem System eine ganze Menge an Informationen, was eigentlich nicht gefährlich ist, aber natürlich einem Angreifer sehr in die Hände spielt und natürlich auch ihm das wesentlich leichter macht oder einfach eine gewisse Vorbedingung ist, um dann tatsächlich mal erfolgreich angreifen zu können. Natürlich ist die IP-Adresse per se nichts Schützenswertes, die kann ich mir ausdenken. Ja, man weiß ja, wie die heißen, aber wenn ich weiß, wie die Struktur aufgebaut ist, kann ich sie natürlich viel leichter attackieren. Ja, und das Problem ist, dass alle diese Dateien, alle diese Informationen, die ich auf dem Server habe, in Wirklichkeit jedem meiner Kunden offen liegen, gerade wenn ich im Shared Hosting bin. Die haben ja Zugriff auf diesen Server. Vielleicht nur einen FTP-Account, mit dem sie irgendwie Zeug hochladen können in ihren Webspace, aber was insbesondere heißt, dass der Kunde beliebigen Programmcode auf meinen Server laden kann und dort ausführen kann. Und das heißt eben auch, dass er sich frei über die Festplatte bewegen kann mit allem, was seinen Prozess unter seiner ID zu sehen kriegt. Und sowas wie eine Pass-WD-Datei ist nun mal weltweit lesbar für alle. Aus guten Gründen muss so sein, aber klar ist, da kommt er rein, das kann er lesen. Und je nachdem, wie ich das absichere, wir gucken uns das gleich noch an, kann er unter Umständen auch Kommandos ausführen. Das heißt, da ein eigener PHP-Code, den die Leute ja legalerweise, dafür werde ich bezahlt, legalerweise auf meinen Rechner hochladen für ihr CMS, kann natürlich benutzt werden. Das auszulesen, die können ins Temp-Verzeichnis gehen und sagen, gib mir mal alle Dateien, die da irgendwie drin sind, ich komme da ja ran. Ich kann die aber zum Beispiel ja auch benutzen, um mich mit dem SQL-Server zu connecten. Und das müssen ja nicht meine eigenen Daten sein. Ich könnte an der Stelle ja auch zum Beispiel die erbeuteten Zugangsdaten eines anderen Kunden benutzen, um damit auf die Datenbanken eines anderen Kunden auf diesem Server ranzukommen und sie zu manipulieren. Wo der Admin sonst immer gesagt hat, naja, der Datenbank-Server ist von außen durch die Firewall natürlich nicht erreichbar. Ja, das ist ja schön und gut, aber der Angreifer sitzt in dieser Sekunde ja hinter der Firewall, wenn er sich einfach auf diesen Server begeben kann. Ich muss nur Kunde werden und schon liegt die ganze Infrastruktur vor mir und ich kann darauf zugreifen. Dann muss ich noch die Daten haben, richtig. Aber wenn ich mich ja frei über die Festplatte bewegen kann und der Apache-Prozess ja alle Daten lesen kann, inklusive dieser Config-PHP und ich jetzt durch meinen PHP-Code unter der ID des Apache-Prozesses eben alle Daten auf der Festplatte lesen kann, inklusive Connect zum SQL-Server, naja gut, dann ist die Sache doch geritzt. Also was soll man dazu noch anderes sagen? Sprich, das darf einfach nicht sein. Das ist aber, ehrlich gesagt, fast überall der Fall. Ja, Sie können das leicht ausprobieren. Besorgen Sie einen FTP-Space oder Sie haben den irgendwo auf einem Shared-Hosting-Anbieter oder sonst was und dann machen Sie doch einfach mal kurz im PHP selber programmiert oder es gibt auch so fertige File-Manager im PHP, gehen Sie mal ein Verzeichnis hoch, CD Punkt Punkt aus dem Root-Eben-Verzeichnis. Wie sieht das denn aus, wenn Sie einnehmen hochgegangen sind und wenn Sie dann irgendwie 5000 andere Domain-Ordner vor sich sehen und da vielleicht mit CD auch wieder reinwechseln können und mein Directory-Listing machen können und mein CAD auf die Config-PHP machen können, ja, dann kann man dieses System eigentlich nur noch innerhalb von 10 Sekunden abschalten. Ganz einfach. Das ist aber der Standard. Und das ist komisch, weil das ist seit 10, 15, 20 Jahren eigentlich total bekannt, aber selbst viele Hoster, die damit ihr Geld verdienen, haben da noch nicht drüber nachgedacht oder hatten keinen Bock und so. Viele sichern es mittlerweile ab, da hat sich viele in den letzten 5, 8, 10 Jahren getan, das muss man wirklich auch zugeben. Vor 10 Jahren waren, das ging auch damals durch die Heisemeldung und so weiter, dass also wirklich große Shared-Hosting-Anbieter da wirklich einfach alle Schotten offen hatten. Das andere ist aber natürlich auch die Idee, okay, ist der Remote-User, der jetzt nicht einen lokalen Account auf diesem System hat, ist er tatsächlich immer remote? Habe ich immer eine Firewall, die mich schützt? Ist es wirklich so, dass der wenigstens keinen Code auf meinem System ausführen kann? Wäre ein gewisses Argument, mir sagt, nee, ich habe ja gar kein Shared-Hosting-System, das ist ja nur mein Root-Server, es gibt nur mich hier mit Accounts, ich habe da das Problem nicht, ich kann das Dateisystem offen lassen, weil es gibt nur mich, sonst niemanden, keiner, der mir da gefährlich werden könnte. Haben wir immer noch das Problem, dass wir Dienste anbieten für irgendwelche Leute da draußen und ob die halt irgendwo da draußen oder da drin sind, darüber kann man durchaus mal scharf nachdenken. In aller Regel ist es so, dass die Remote-User draußen in Wirklichkeit mit ein paar Tricks sich genauso auf diesem System verhalten und bewegen können, wie ein lokaler Nutzer, der eigenen Code hochgeladen hat. Die haben es bloß etwas schwieriger, aber sobald sie es schaffen, eigenen PHP-Code auf das System einzuspielen, können sie darüber ja wieder machen, was sie wollen. Und die Frage ist, ist das wirklich so, dass die keinen eigenen Code einspielen können, wie kann das aussehen? Das sind halt die klassischen Wege, PHP-Injection, also das Einspielen, das Einfügen von eigenem PHP-Code. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das sein kann. Das sind zum Beispiel natürlich schlecht gesicherte Anfrage, schlecht gesicherte Webformulare, wo man dann zum Beispiel einfach mal so PHP-Code mit reinschreibt und einfach mal gucken kann, wird der denn ausgeführt? Einfach mal so ein schließendes PHP-Zeichen machen und dann mal gucken, was passiert denn? Liest diese Variable als Text ein oder wird es in irgendeinem Kontext vielleicht sogar mal ausgeführt und daraus wie ein Include behandelt in PHP? PHP zum Beispiel, sodass ich darüber eigene Kommandos einfügen kann. Das Gleiche natürlich bei SQL-Kommandos. Das ist immer wieder der Klassiker. Das gibt es immer wieder. So jedes blöde Gästebuchformular hat das mehr oder weniger als Problem drin. Was ist denn, wenn ich als mein Reallname einfach mal ein Hochkomma mit reinschreibe, was normalerweise halt dann später das Ende des SQL-Datensatzes vielleicht markieren würde. Und wenn die diesen Input, den ich habe, einfach so mit Echo an die SQL-Datenbank weiterreiten, dann kann ich es halt schaffen, darüber SQL-Kommandos einzuschleusen. Ich mache in meinem Namen einfach ein schließendes SQL-Zeichen, bauen sie Mikrolon rein und schreibe hinter Drop Table, also löscht die Datenbank. SQL kriegt erstmal meinen Insert mit meinem Namen und dummerweise, huckepack obendrauf, noch ein Lösch mal die Datenbank. SQL sagt, jo, habe ich gemacht. Das heißt, die Programmierer haben da natürlich total geschlafen in solchen Fällen, weil die halt keine Eingabevalidierung gemacht haben. Natürlich müssen die Programmierer einfach sagen, woraus kann Reallname bestehen und Gänsefüßen, Hochkomma, Backslashes und Semikrolon sind nun mal verdammt böse Zeichen. Und die haben da auch einfach mal nichts drin zu suchen. Und wenn es jemandem gelingt, meine SQL-Kommandos zu schließen und dadurch den Weg für eigene aufzumachen im Windschatten, dann hat der Programmierer einfach total glaubwürdig, naiv oder wie auch immer, geht er dann mit diesen Daten um. Natürlich muss ich Daten, die draußen waren, Daten, die vom User kommen, validieren ohne Ende. Und da muss ich ganz genau auch festlegen, was ist erlaubt. Ich darf jetzt auch nicht sagen, das ist verboten, sonst best ist immer, dass ich sage, es ist alles verboten, Komma, es sei denn diese Zeichen. Weil sonst denken die sich ohne Zeichen aus, woran ich nicht gedacht habe. Und dann geht es doch wieder. Dann muss ich halt sagen, okay, ein Reallname steht aus A bis Z, 0 bis 9, Leerzeichen, und das war es eigentlich auch schon wieder. Dann kann man noch überlegen, vielleicht gibt es noch ein Apostrophe oder sowas, für irgendwelche Von- und Zunahmen oder so, aber Semikolon, Grenzefüßen, Hochkommazeichen, ich habe da einfach nichts zu suchen. Oder auch bei Mailadressen oder oder. Also alles, was so an die Datenbank weitergereicht wird, muss man absichern. Oder gibt es auch in PHP fertige Funktionen dafür, ich muss das halt escapen und sichern. Dass halt ein Backslash-Hochkomma draus wird oder ein Backslash-Semikolon, sodass das dann eben nicht mehr nativ interpretiert wird, sondern eben als Datenzeichen, als Inhalt interpretiert wird. Das andere, was viele halt haben, ist, ich kann natürlich gucken, ob es Variablen in den PHP-Skrippen gibt, die ich vielleicht manipulieren kann von außen, die ich halt setzen kann, um irgendwas zu erreichen. Admin gleich true, gucken wir uns auch gleich nochmal an in dem folgenden. Oder dass ich halt sonst irgendwie Programmierfehler ausnutzen kann. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. PHP-Code-Injection. Im Prinzip ist es so, dass viele CMS, so Webseitensysteme und so weiter, an allen möglichen Stellen ganz schnell natürlich Includes machen. So die ganz einfachen Systeme sieht man ja häufig auch, dass oben in der URL schon drinsteht, Include-Dokumente-Preise. Und dann lädt ihr halt Dokumente in die Datei Preise von der Festplatte. Manchmal ist es wenigstens sogar noch so, das ist schon mal ein guter Trick, dass das CMS grundsätzlich hinter dieser URL oben nochmal wenigstens .ink anhängt. Sodass, wenn ich da mal eben eine andere Datei angebe, ja, dass ich dann zumindest eine Datei nur inkluden kann, die eben .ink in der Endung heißt, weil das hartcodiert ergänzt wird oder so. Aber häufig ist es so, dass da halt relativ unbedarft alles inkludiert oder gelesen wird, was halt oben in der URL oder durch einen anderen Parameter übergeben wird. Und dann muss man sich schon mal fragen, was passiert denn, wenn ich da oben mal ganz lustig irgendwelche anderen Namen angebe. So würde das Ganze dann zum Beispiel auch aussehen, wenn man das nochmal eine Ebene weiterdenkt. Dann hat PHP noch ein Problem, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Ich kann ja oben häufig dann auch nicht nur include auf die Datei angeben, sondern ich kann, obwohl von einer Datei die Rede ist, in den meisten Konfigurationen einfach eine URL angeben. Das ist ein Feature. It's not a bug, it's a feature. Das kann man auch abstellen. Darum sind wir eben gerade heute hier. Das sollte man vielleicht abstellen. Das PHP sagt, ja, wenn das eine Dateifahrt ist, mache ich eine Datei. Dafür ist das auch gedacht. Aber wenn das zufällig eine URL ist, mit FTP, HTTP oder irgendeinem Protokoll, was ich kenne, dann besorge ich die Datei halt von dort und include die. Das hat absichtlich jemand programmiert. Das ist schick. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel gar nicht aufpasse, ob da überhaupt Remote-Zugriffe an der Stelle vorgesehen sind und das gesichert wird, kann ein Angreifer statt der lokalen Datei preise.html oder preise.ink eine URL angeben. Die kommt von einem fremden Webserver. Und was in dieser nachgeladenen Datei jetzt drinsteht, das ist jetzt natürlich Sache des Angreifers. Und auf einmal wird die nachgeladen und wenn das richtig programmiert ist, eben auch ausgeführt. Wenn sie nur als Text nachgeladen wird, dann würde ich den PHP-Code als Gästebucheintrag sehen. Okay, das ist dann langweilig. Aber wenn die included und ausgeführt wird, als ich lade das als Library, sozusagen als PHP-Schnipsel nach, dann kann ich natürlich wieder machen, was ich will. Also, der Server hat irgendwo einen Webspace, irgendwo auf der Welt, hat dort einfach sein Schnipselchen hinterlegt, Angriffscode, PHP oder wie auch immer die Datei heißt, sucht sich irgendwelche Webseiten, Google sei Dank, das ist nicht so schwer, die zu finden, wo ich halt Includes, in URLs habe. Das finden Sie, also anderswo wird da mit riesen Zauber-Livehacking draus gemacht, auf der CeBIT und wie auch sonst wo. Immer wenn die sagen, boah, ich mache Livehacking, heißt das, wir gehen mal zu Google, wir suchen mal nach URLs, die haben Page gleich oder ID gleich. Und wenn Sie dann so ein paar sehen, ID gleich Inkpreise HTML, dann nimmt man die URL und fügt unten mal eine Remote-URL ein und guckt mal, was passiert. Das ist in den meisten Fällen Livehacking Stufe 1. Das sparen wir uns jetzt hier, oder habe ich nachher ein bisschen mitgebracht, noch als Beispiel. Und dann hat der Angreifer natürlich auf diesem Webserver seinen Code und dann kann der natürlich sagen, cat etc, passwd, hallo, directory listing and temp, oder eben auch einfach mal, geh doch mal nach Ebene höher, anderes Domainverzeichnis rein, cat config php. Und wenn ich dann die MySQL-Zugangsdaten habe, vom Konkurrenten oder von der Präsenz, über die ich reingekommen bin, das ist ja dann schon wieder wurscht, dann kann ich hier natürlich auch beliebigen Schnipselchen-Code schreiben, der halt irgendwas mit den SQL-Datensätzen macht oder mir mal einen kurzen Dumpf von den ganzen Tabellen anfertigt, ich kann sich mal überlegen, wie die aussehen und dann mache ich einen dritten Angriff und beschließe halt darüber, neuen Code zu injekten und dann hat die Startzeit halt neue Inhalte, das dann nicht so wird. Das sind natürlich verschiedene Sachen, die da jetzt eine Rolle spielen, wenn man da mal so aufmerksam wird, weil Problem Nummer eins ist natürlich, der Programmierer hat gepennt, klar. Das hätte der nicht zulassen dürfen, das hätte der validieren müssen. Der ging einfach davon aus, da kommt ja nur eine Datei und die kommt ja von mir, ich erzeuge ja die Links und so. Das ist natürlich Quatsch, hat er vielleicht nicht gesehen, okay. Da habe ich als Hoster natürlich das Problem, ich habe tausende von Kunden da drauf, ich habe keine Ahnung, was die machen. Oder andersrum, ich habe keine Ahnung, was die machen, die machen nämlich genau den Quatsch. Nun kann ich für jeden fünf Tage Schulung anbieten, wer soll das bezahlen und ist natürlich nicht der Weg und die installieren mal irgendein Forumsprojekt, was sie im Netz gefunden haben, das haben die auch nicht mal selber programmiert. Also sprich, ich weiß, dass ich kiloweise Code auf meinem System habe, der genau so einen Quatsch natürlich zulässt. Weil das ist nur durch sichere Programmierung zu ändern. Das kann ich als Administrator eines Web-Servers einschränken oder schützen, dass es nicht übergreift auf andere Projekte, aber ich kann nicht verhindern, dass der Code halt Quatsch ist. Ich kann da nicht jemanden hinsetzen, der jeden Tag nur fremde Codezeilen liest und nur noch nach Bugs irgendwie durchsucht. Wird schwierig. Insofern muss man sich da natürlich dann fragen, okay, was kann ich denn durch eine serverseitige Konfiguration erreichen, um diese Auswirkungen möglichst gering zu halten. Wir sehen aber schon an dem Beispiel, ja, ich kann gucken, dass das nicht möglich ist. Wir gucken uns am Ende an, wie das funktioniert. Aber wenn er zum Beispiel sonst irgendwie über die Eingabezeile des Realnamens oder sowas PHP-Code akzeptiert, den er ausführt, bin ich sofort als Administrator am Ende und kann den Programmierer nicht mehr vor sich selber schützen, weil der Code sagt halt, CAD-Config-Pfg aus dieser Web-Präsenz macht einen Datenbank-Connect. Das kann ich nicht mehr verhindern von außen. Das ist nur noch im PHP-Code selber irgendwie zu fixen. Aber ich muss aus meiner Verantwortung heraus immer noch dafür sorgen, dass das keine anderen Kunden irgendwie betrifft und man zum Beispiel nicht aus dem einen Kundenverzeichnis ein anderes ausbrechen darf. Und da gibt es eben verschiedene PHP-Einstellungen schon seit vielen Jahren, die genau sowas verhindern und die gucken wir uns mal ein bisschen an. Die bekannteste davon ist dieser Safe-Mode. Einfach schon wegen dem Namen kennen das viele oder sind mal beim Lesen von der PHP-Innie irgendwie darüber gestoßen. Und das Problem ist, der Safe-Mode ist halt Quatsch. Auf jeden Fall hat er nichts mit Safe oder sowas zu tun. Der ist total überbewertet, was das angeht. Deswegen ist PHP nicht wirklich in einem Safe-Mode. Das verhält sich bloß an einigen Stellen etwas anders. Hilft mir, PHP abzusichern. Aber bloß, weil ich Safe-Mode gleich on setze, habe ich das Rennen noch lang nicht gewonnen. Also, was macht Safe-Mode eigentlich? Der prüft bei Includes, ob die inkludierte, also der macht mehrere Sachen und eine Sache ist, er prüft, ob die inkludierte Datei derselben User-ID gehört, wie das Skript, das sie inkludet. Das hilft also, wenn es einen Account P auf dem System gibt und alle Dateien gehören mir, weil es wirklich noch personalisierte Accounts gibt, dann kann ich nicht nur die Datei von Klaus inkluden, also die Config-Inc aus dem Nachbarverzeichnis, weil sie nicht meiner Linux-User-ID gehört. Okay. Da ist es tatsächlich ganz hilfreich. Aber die Realität draußen ist ja, dass in aller Regel wir mit virtuellen IDs zu kämpfen haben oder mit virtuellen Usern zu kämpfen haben. Das heißt, ich habe da tausend Kunden drauf, die kommen alle aus einer Datenbank oder aus dem LDAP und so weiter. Die haben gar nicht mehr tausend verschiedene Unix-IDs aus Sicht des Linux-Systems, sondern die laufen alle unter Dummy-IT, V-User oder sonst was. Und dann fällt natürlich alles, was ich auf Basis der User-ID-Prüfung machen möchte, weg. Wäre es denn so aufwendig, mit tausend unterschiedlichen Unix-IDs die Prozesse zu betreiben? Es hieß ja, dass jeder Kunde seinen eigenen Apache-Prozess hat, jeweils mit einem eigenen Unix-Prozess. Die Frage nochmal für die Kamera, die Frage ist, ob es wirklich so aufwendig wäre, verschiedene IDs dafür einzuführen. Da muss ich gar nicht mal verschiedene Apache-Prozesse dafür machen, weil mein Apache-Prozess kann ja unter www.run diese Datei laden und ausführen. Was Safe Mode nur macht, er guckt, woher der Include kommt, aus einer Datei, die Per gehört, die Apache aber lesen konnte. Und dann sagt er, nee, die Datei, die Klaus gehört, die Apache auch lesen darf, die inklude ich nicht. Insofern muss ich nicht wirklich User-IDs für jeden User aufsetzen. Insofern, man kann das schon machen, dass man trotzdem, auch wenn das Datenbank-User sind, getrennte IDs macht. Es machen halt viele nicht, es macht dann halt auch viel Stress einfach an verschiedenen Stellen, weil man halt gucken muss, dann müssen die halt auch wieder weltweit lesbar sein oder es muss Gruppenrechten mit dem Apache geben, damit er eben darauf zugreifen kann, was auch schon viele Einfallstore ermöglicht. Und dann gibt es wieder Stress mit, was ist mit den Verzeichnissen, wo tatsächlich reingeschrieben werden muss und, und, und. Also das ist halt häufig aus praktischen Gründen nicht unbedingt erwünscht oder der Fall. Aber natürlich könnte man das machen. Bloß, wie wir gerade schon gesehen haben, der Prozess Apache, der darf eh alles lesen. Klar, sonst kann er die Webseite nicht nehmen und ausführen. Ja, also insofern, selbst das wäre ja nicht wirklich die ultimative Lösung. Nur kann ich sagen, okay, ich habe für jeden User einen einzelnen Apache-Prozess oder es gibt auch die Möglichkeit, PHP als CGI-Modul auszuführen. Mittlerweile auch halbwegs performant oder gut performant. Und dann kann ich wirklich sagen, dieser PHP-Interpreter wird von vornherein unter der ID von Peer oder Klaus gestartet. Und der hat jetzt auch kein Problem, natürlich Dateien zu lesen, die nur Peer oder nur Klaus gehören. Und der Apache-Prozess selber ist außen vor. Das geht. Das wäre jetzt ein sehr schöner, moderner Weg, aber das hat dann, das muss man schon sehr aktiv konfigurieren, dass ich PHP immer als CGI lade, dadurch IDs annehmen kann, sehe ich unter Performance-Gesichtspunkten halt immer als schwierig an. Wenn ich wirklich Hochlastsysteme habe, die viel Dampf ablassen müssen, dann will ich das einfach nicht. Das hat dann wieder Nachteile, muss man sich überlegen. Also das soll halt Includes von fremden Dateien verhindern, die anderen Leuten irgendwie gehören, aber ob das funktioniert und wenn es funktioniert, wie weit mich das tatsächlich nach vorne bringt, ist halt durchaus fraglich. Das haben wir halt nicht. Und dann haben wir natürlich das Problem, haben wir gerade schon kurz erwähnt, wenn ich Schreibverzeichnisse habe, und das habe ich da eben ganz genauso, dann lädt sich halt der www-Data-Prozess hoch. Das heißt, die gehören eben dann auch www-Data, also so Avatare, Bilder, Dateimanagement, also alles, was halt hochgeladen worden ist, was nicht aus dem FTP kommt. Und das sind natürlich dann wieder Sachen, wo ich mir überlegen muss, wie kann mein PHP-Skript die jetzt inkluden? Also der User lädt das hoch als Bildchen oder sowas, oder seinen eigenen Schnipsel, und auf einmal darf mein eigener Prozess nicht mal drauf zugreifen, weil natürlich die ID dem Apache gehört. Ich habe gesagt, es muss gleich der ID des Aufwohnungen und Skriptes gehören, das bin ja ich. Und dann gibt es auch wieder Stress. Das sind so die praktischen Probleme. Kann man alles irgendwie lösen, ist aber alles erstmal so, dass man sich da schon ein Konzept machen muss, und sonst verhellert man sich da eben ein bisschen. Der Gag ist aber, wenn der Safe Mode aktiv ist, kann ich ein paar nette andere Sachen machen, insofern wollen wir den prinzipiell schon anwerfen. Ja, schauen wir mal, was geht. Das Problem ist aber auch, ich meine gut, das war vor ein paar Jahren aktueller, der Safe Mode hat auch mal so ein paar Implementierungsfehler gehabt, die das so ein bisschen verhindert haben, das ist, glaube ich, mittlerweile draußen, ja, okay. Gut, was ein wirklich sehr, sehr wirkungsvolles System ist, und da missioniere ich seit vielen Jahren, dass die Leute das bitte einsetzen sollen, und das kennen komischerweise nicht so viele, heißt Open Base Deer. Weil im Prinzip ist es sehr einfach, ich muss ja einfach nur verhindern, dass ein Skript, was dem User Klaus gehört, in fremde Verzeichnisreihen gucken kann, und inkluden, oder sich dateimäßig dort bewegen kann, wo es nichts zu suchen hat. Und genau das macht Open Base Deer, und das ist eigentlich das Geile dran, mehr brauche ich erstmal gar nicht. Ich kann da angeben, in welche Verzeichnisse darf dieses PHP-Skript rein, oder ein PHP-Skript, das unter dieser Domäne läuft. Da muss man natürlich dann gucken, was ich da angeben muss. Hier ist so ein Beispiel, wie das aussieht. Ich kann also in dem Virtual Host Container, in der Apache-Config, das Ganze definieren. Also für jeden Kunden setzt sich einzeln sein individuelles Open Base Deer, seine Open Base Deer Restrictions. Da muss er natürlich klar erstmal zum Beispiel drin haben, dass er auf sein eigenes Domainverzeichnis zugreifen darf, sonst kann er mit sich selber nicht mehr arbeiten, das ist irgendwie logisch. Ich muss dann auch ein bisschen lernen, oder wissen, dass man halt zum Beispiel sowas wie User Share PHP noch braucht, weil da liegen so Pialips oder öffentliche PHP-Bibliotheken, die das benutzen wollen, für Grafik-Sachen oder weiß der Geier was. Dann, was jetzt hier fehlt, habe ich meistens noch irgendwie das Temp-Verzeichnis, weil sonst hat man so ganz lustige Sachen, wenn ein User eine Datei hochlädt, hat der das ins Temp-Verzeichnis geschrieben, und wenn mein Skript anschließend die Datei dann speichern will, kriegt er dann Access Denheit, weil ins Temp darf er eigentlich mal reingucken. Also das sind im Prinzip die drei Sachen, das Lip, das Temp und das Dokumentenverzeichnis des Nutzers. Und wenn ich jetzt als PHP-Skript sage, ja, ich möchte ganz gerne mal ETC-Pass-WD lesen, sagt PHP, nö. Und das ist eigentlich schon mal die halbe Miete. Und wenn der jetzt sagt, ja, ich würde ganz gerne ins HT-Doc-Verzeichnis einer anderen Domain irgendwie reinwechseln, sagt PHP, nö. Und das heißt, wenn ich einen Programmierfehler habe und das gesetzt ist pro Container, dann kann der Angreifer wenigstens nur noch auf die Config-PHP und auf die Daten zugreifen, von dem, der den Quatsch programmiert hat. Ja, das kann ich dann nicht weiterhelfen. Aber alle 999 anderen User, die haben dann kein Problem mehr, dass jemand von irgendwo auf dem System zu Ihnen rüberwandert. Und das ist ja schon mal eine Menge wert. Ich setze so ein bisschen Kooperation des Angreifers voraus. Denn der darf seinen Angriff nur über den PHP-Prozess fahren, der auf diese Weise konfiguriert wurde. Und wenn es ihm gelingt, einen völlig anderen neuen Prozess zu starten, um das Zielprogramm seiner Wahl zur Ausführung zu bringen. Ja gut, das immer. Also nochmal für die Kamera, was ist, wenn der Angreifer halt nicht über PHP, sondern über irgendwas auf das System kommt? Ja gut, dann ist halt Land unter. Also ich meine, wenn er ein Root-Login hat, dann ist alles im Eimer. Das ist jetzt weder ein Argument dafür noch dagegen, sondern das ist natürlich dann so. Klar. Also deswegen kann ich jetzt sagen, ich habe Open Base hier und jetzt ist das Root-Passwort von meinem Root-Account eben gut. Das ist dann auch nicht so sinnvoll auf Dauer, klar. Sicherheit, ja. Oder Default. Wobei Default vermutlich schon mir relativ sicher ist. Das ist das Default-Passwort. Gut. Ja, also das setzt man halt einfach in jedem Virtual Host-Container und gerade wenn ich viele Domains habe, habe ich ja sowieso irgendeinen Mechanismus, was mir die Apache-Config zum Beispiel rausschreibt, automatisiert. Ich habe ja auch diese Fahrtangabe sowieso irgendwo generiert, in Log-Files drin oder im Document-Root, ja. Also im Prinzip kann ich das tatsächlich ja sehr einfach machen, dass in dem Moment, wo ich diese Apache-Config pro Domain erzeuge, aus meinem LDAP, aus meiner Datenbank rausschreibe, dass ich dann halt einfach noch diese Zeile auch noch mit reinschreibe und ich halt diese PHP-Variablen dadurch definiere, ja. Unabhängig davon kann ich natürlich immer noch sagen, es gibt einen Default-Wert, der kommt aus der PHP-INI und ich kann natürlich als zweite Sicherungsebene sozusagen immer noch mal in der offiziellen großen PHP-INI einfach mal sagen, dass mein OpenBase hier auf das Lib-Verzeichnis, auf Temp und auf Server-WWW-HT-Docs gemacht wird. Das würde schon mal verhindern, dass man daraus aus dem gesamten DOC-Verzeichnis erstmal nicht mehr ausbrechen kann. Für den Fall, dass im Einzelfall, dass man aus irgendeinem Wohn-Wert-Wert nicht definiert ist, habe ich noch eine zweite Schicht, dass man zumindest nicht mehr sonst irgendwo über das System wandern kann. Machen. Das hatten wir vorhin schon mal. Ich komme jetzt mal zurück auf die Beispiele von vorhin, wie man angreifen könnte oder wie man das angehen könnte. Das ist dieses Allow-Urdle-F-Open. Das heißt, wenn ich ein File-Open habe, F-Open, darf da eine UL drinstehen. So erklärt sich dieser Parametername. Ganz einfach. Und wenn ich eben Allow-Urdle-F-Open auf No setze, dann sagt PHP eben nö. Ein HTTP, ein FTP auf diesem Include mache ich halt nicht. Also allein damit ist das eigentlich an der Stelle schon wieder geritzt. Per Default ist es halt bloß in aller Regel erlaubt. Und wenn da einfach niemand rangeht, weil auch einfach keiner dran denkt oder so und am Anfang und später sagt man dann, ach, wir haben jetzt tausend Domains, trauen wir uns das jetzt einfach mal heute Abend abzuschalten. Was ist dann mit tausend Kundenpräsenzen, die das brauchen, weil sie darüber ein RSS-Feed von draußen nachladen und und und. Also sprich, in einem gewachsenen System ist das halt einfach nicht so möglich, mal kurz abends zu beschließen mit Mensch, den setzt sich jetzt anders, weil dann rufen halt und umständen 50 Kunden, an denen ich jetzt gerade ihre Installation kaputt gemacht habe. Also so ein Migrationsaufwand, die anzuschreiben, die zu warnen, das anzukündigen, vielleicht mal für eine Stunde testweise es anzuwerfen, dann wieder abzuschalten, falls einer sagt, stimmt bei mir gegen die ganze Webseite, deswegen nicht mehr. Das kann man schon alles machen, aber besser ist es natürlich, wenn man sozusagen von vornherein das immer aus hatte und dann alle Leute, die ihre Präsenz dann mal installiert haben, das nie anders kennengelernt haben und man das natürlich nicht mehr ändern muss. Klar. Aber das ist im Prinzip genau, der das hat. Aber die andere Frage ist natürlich, unabhängig von diesem ULF Open, in dem Beispiel vorhin, warum um Himmels Willen darf mein Web-Server draußen im Internet surfen? Ist dem langweilig? Will der was dazulernen? Muss der googeln? Ja? Also ich habe irgendeinen brasilianischen Hacker-Server oder so einen Wer-Server, auf dem dieses Angriffs-Code-Schnipselchen liegt und meine Patchy geht los und macht einen Download davon und führt das auch noch aus. Da muss man auch eigentlich sagen, und wieso Alarmstufe rot? Was soll das denn? Warum lädt mein Web-Server von irgendwo Krams nach? Das macht mein Desktop. Ich surfe, aber doch nicht meinen Server. Muss man sagen, heute stimmt das nicht mehr ganz, weil es gibt eben viele RSS-Feeds zum Beispiel und dann muss der mit dem WordPress noch reden und dann kriegt er von dort noch ein Feed und dann zeigt mir hier mein CMS noch die Info an, dass es eine Aktualisierung gibt und dann muss der noch was machen. Aber das sind eben alle Sachen, wo ich eigentlich weiß, wohin er telefoniert. Das heißt nicht, dass er irgendwie zu allen anderen IP-Adressen auf der Welt auch surfen darf. Das ist dann natürlich eine gewisse Arbeit, wenn man wirklich mal sagt, Punkt 1, mein Web-Server und vielleicht auch alle meine anderen Systeme, die dürfen eben nicht ausgehend surfen und machen, was sie wollen. Also auch mein Samba-Server hat nichts mit HTTP da draußen im Netz zu suchen und mein Mail-Server eigentlich auch nicht. Ist ja komisch, ne? Oder warum chatten die eigentlich im IRC? Also, man muss erst mal sagen, die meisten Firewalls sind von drinnen nach draußen offen wie ein Scheunentor. Begründung ist, meine Angreifer sitzt außen. Ja, was für ein Quatsch ist das denn? Wenn der Angreifer sich von meinem System anrufen lässt, sozusagen, dann brauche ich natürlich eine ausgehend gesperrte Firewall. Andersrum, ausgehend habe ich viel mehr Ports gesperrt als eingehend, weil ausgehender Traffic eigentlich per Definition gar nicht stattzufinden hat, bis auf das, wo ich auf ein Request antworte und das ist ja was anderes. Also, dann muss ich halt sagen, A, pauschales Nachladen oder pauschales Connecting gleich zu Servern ist verboten und B, wenn ich es dann eben brauche, weil ich eben den RSS-Feed von der Tagesschau habe, vom Heiseticker oder von sonst irgendwas, dann weiß ich, welche Systeme das sind und dann schalte ich die im Einzelfall eben frei. Da kann ich aus Erfahrung sagen, das nervt, das ist auch Arbeit, weil dann kommt wieder ein User an und sagt, ich habe das neue super duper CMS-System und das kann ich nach Hause telefonieren. Da müssen wir gucken, okay, welche IP-Adresse verbirgt sich denn dahinter, dann tragen wir die ein. Dann beschwert er sich vielleicht auch nach drei Wochen wieder, weil die von der IP-Adresse 12 auf die 20 gerutscht sind. Also sprich, wir machen da schon auch relativ großzügige Whitelistings, dann halt meinetwegen dieser Netzbereich-24, der zu diesem Softwareprojekt gehört, wird freigeschaltet, weil das ist ja auch nicht schlimm, da kommt auch kein Code dann zu mir her, aber ich brauche ja nicht alle Server auf der Welt und auch wir haben mittlerweile vor ein paar Wochen resigniert aufgegeben und haben jetzt zum Beispiel bei Facebook halt alles offen. Davor haben wir noch irgendwelche Facebook-Dienste einzeln freigeschaltet und das ist natürlich so eine Sisyphus-Arbeit, dass wir da mittlerweile relativ großzügig Netzbereiche, ganze große Netze von diesen Anbietern halt freischalten. Aber entscheidend ist doch, dass der Wer-Server, der andere gehackte Server oder der sonst wo Server, der auf der Welt steht von dem Kiddy nicht erreichbar ist und insofern, selbst wenn man das Whitelisting hier oder das Freischalten sehr großzügig handhabt, meine Sicherheit natürlich trotzdem noch da ist. So, jetzt gab es zwei Fragen, gerade ganz kurz. Wenn ich jetzt ein Forum hoste zum Beispiel und ich habe ein Topic über witzige GIF-Animationen aus dem Ort, dann müssten Nutzer das ja quasi immer hochladen, weil das App wird nicht verboten. Naja, Moment, HTTP-Links auf eine andere Seite sind ja nicht verboten. Also... Nee, das kommt darauf an. Also die Frage war, was ist, wenn ich irgendwie ein Forum habe, was eben externe Inhalte einblenden möchte und da muss man gucken, kommt darauf an, wie du sie einblendest. Wenn du in deinen Quellcode dir einfach nur reinschreibst, so, da kommt jetzt das Bild XY rein und das Bild XY liegt auf dem Server mit der URL, dann geht ja mein Browser los und lädt sich das von da drüben. Wenn du natürlich sagst, ich ziehe das Bild, speichere das lokal auf die Platte und liefere das unter einer eigenen URL als lokales, gecachedes Bild wieder aus, das ist was anderes. Das ist eigentlich auch das, wo man auch überrechtlich mal gucken muss, darfst du das und so weiter und so fort. Aber natürlich Links, die im Browser des Nutzers woanders sind, die sind überhaupt gar kein Problem. Das ist ja auch nicht Traffic, der normalerweise bei mir vorbeikommt. Also, du lieferst das Bild in den Fällen ja nicht selber wirklich aus und dann ist das kein Thema. Wobei URL F-Open auch nur verhindert, dass dieses automatische Include bei einem F-Open gemacht wird. Es gibt dann immer noch die Möglichkeit, ich sage URL Include, dann muss ich das aber auch so nennen, heißt vielleicht im Kommando jetzt anders, weiß ich nicht genau und dann macht er das auch wieder, kann ich auch noch abschalten. Aber dieses Feature, dass er bei einem Datei Include auch den Begriff eines Dateisystems ein bisschen größer nimmt und sagt HTTP ist auch ein Dateisystem, wenn ich was will, kriege ich es. Das wird halt erstmal abgeschaltet. Und dann muss der Programmierer wirklich sagen, ich will hier einen URL Include machen und dann weiß ich auch, dass da gefährliche Daten von außen kommen und kann das eben anders behandeln. Also das wäre per se ja deswegen nicht gleich verboten, URL Includes zu machen. Hier war noch irgendjemand? Bitte. Ihr betreibt das gleiche Forum oder steht ja in Konkurrenz miteinander? Die meine Frage wäre auch ein bisschen anders gewesen und zwar ob allow URL Open wirklich nur Includes verhindert oder ob es auch Bilder laden aus dem Web verhindert. Wie gesagt, der Browser vom Kunden darf ja immer noch machen, was er will. Ich kann ja auch ein Bild von woanders Ja, das lokale Cachen. Dann müsstest du halt das eben über einen etwas anderen Parameter ansprechen. Also quasi nicht über das normale Include, sondern URL Include aufrufen und dann ist es auch wieder erlaubt. Es sei denn, es ist dann wieder jetzt speziell verboten, weil man es auch das abschalten kann, aber das würde dem, das ist nur dieses Versehentliche, dass die Programmierer nicht bedacht haben oder nicht wussten, dass das geht. Ja, also alles, was wir sonst irgendwie haben an Foren, an Kollegen, an WordPress, Pings und weiß der Geier, was es so alles gibt, ja, das muss man dann halt firewallmäßig freischalten. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, was macht mehr Arbeit? So ein bisschen Firewall-Pflege, auch im Kundenhosting oder alle drei Wochen wieder mal irgendwie einen gehackten Server und wenn ich dann auch verstelle, dass das andere Kunden betroffen hat, mit Kunden informieren, mit Passwörter ändern und, und, und. Also ich sehe es einfach als sehr gut angelegte Zeit an, gleich die Zeit zu investieren, das abzusichern und zu pflegen, als dass ich mich ständig dann erst darum kümmern muss, die Schäden zu beseitigen. Also im Prinzip Zahnarztprinzip, ja, Vorbeugen ist besser als Reparieren. Ja, was haben wir noch alles? Wir haben natürlich noch gewisse PHP-Funktionen, die aus der Sicht natürlich äußerst interessant sind, zum Beispiel so etwas wie System und Exec. Damit kann ich nämlich Unix oder Linux-Kommandos ausführen und dann steht mir natürlich wirklich alles offen so zu agieren, wie das ein normaler Nutzer mit Shell-Zugriff auch kann. Ja, ich kann cat-etc-pass-wd machen, ich kann if-config und root ausführen und, und, und. Und dazu gibt es eben unter anderem System Exec und noch ein paar kleine Brüder davon. Und wir sehen das ständig im Log-File. Wer mal danach guckt in seinem Log-File, wenn die Webseite ein bisschen mehr frequentiert ist, dann wird man das im Prinzip jeden Tag oder alle Nase lang finden, dass jemand das versucht hat. Das ist ein reelles Beispiel einfach aus dem Log. Kann man greppen. Wir sehen, wir haben eine Index-PAP und da hatten wir eine ID gleich Preise oder ID gleich allgemeinen Geschäftsbedingungen und irgendjemand hat jetzt einfach mal versucht, ob es funktionieren würde, hier eine fremde URL anzugeben. Also man kann super einfach schon sowas finden, greppen Sie nach gleich HTTP. Sie haben normalerweise nie einen URL-Parameter irgendwo drin, der gleich HTTP oder gleich FTP beginnt. Das findet man total trivial, weil man weiß, wonach man suchen muss. Und dann ist es übrigens schon mal ganz schön, diese URL einfach mal im Browser zu werfen, mal zu gucken, was passiert. Versuchen tun die das alle Nasen lang. Es funktioniert halt nicht. Das sollte man zumindest wissen, dass es nicht funktioniert. Also bloß aus der Existenz solcher Log-Einträge heißt es ja nicht, dass ich tatsächlich gehackt bin. Die haben ja nur mal angeklopft. Aber was ganz interessant ist, dass das Skript, was der Typ sich jetzt hier nachlädt, von irgendeinem was-soch-immer-Server, warum durfte ich dort per Firewall überhaupt raustelefonieren, das hatten wir schon, dass das natürlich ein PHP-Skript hier ist. Und dann haben wir das Programm, CMD, das ist nämlich eine kleine Shell. Dieses Skript macht nichts anderes, als das, was als CMD-Parameter übergeben wird, in dieses Skript halt über System und Exec auszuführen. Das ist Remote Shell. Ganz trivial, das ist ein Fünfzeiler, das Skript. Nimm den Parameter, mach ein System draus, Systemaufruf draus. Und da können wir mal angucken, was hat der denn übergeben? Also der hat ein U-Name-Aufruf, U-Name-A, der schaut also, was ist das für ein Kernel, welche Version ist das, mit welchem System habe ich das hier zu tun? Ja, dann macht er ein Cat-of-Proc-Version, weil er halt irgendwie wissen will, welche Schwachstellen könnte es da geben, seit wann ist das Ding nicht mehr gepatcht? Er schaut, seit wann ist das Ding oben? Server, die seit drei Jahren nicht rebooted worden sind, sind aus Angriffssicht immer sehr lecker, weil so gut gepatcht können sie offensichtlich nicht sein. Er schaut, unter welcher ID arbeite ich hier eigentlich, was ist mein Working Directory, also wo das Skript hier irgendwo arbeitet. Er ruft hier richtig die Netzwerkkonfiguration ab und damit es nicht so Müll ist, if-config gibt ja alles aus, greppt er einfach nach der Zeile inet, da stehen nämlich die IP-Adressen drin, man muss ja den ganzen anderen Schlunz nämlich nicht lesen. Und weil wir schon dabei sind, unser Lieblingsbeispiel Cat auf etc.pass.vd. So, wenn Sie das jetzt in Ihren Browser reinwerfen und Sie sehen das, fänden Sie das gut? Nö, dann sollten Sie ganz schnell Hausaufgaben machen. Und ja, das, wie gesagt, das setzt natürlich immer noch einen Programmierfehler hier in der Index-PRP voraus. Klar, das ist der Ausgangspunkt. Wenn da alles sauber ist, ist mir das prinzipiell auch egal. Aber ich weiß nicht, was die Kunden machen. Und ich als Admin weiß auch nicht, was die Web-Abteilung macht. Und ich als Admin weiß auch nicht, was diese komische Werbeagentur gemacht hat, die uns das neue Portal gestrickt hat. Also selbst wenn es mein Server als Unternehmen ist, gehe ich immer noch davon aus, weiß der Geier, was da ist. Und wenn ich irgendein Projekt von da draußen installiert habe, ein Forum, Abstimmungssoftware, Wiki, weiß der Geier, ja, keiner weiß, ob da Schlunz drin ist oder nicht. Wir haben ja immer wieder die Vorfälle. Ja, und jetzt ist natürlich auch klar, wenn ich das schon habe und das funktioniert, dann kann ich da auch noch ganz flexibel oben alle anderen Kommandos eingeben. Dann ist das wie eine Shell, ja, interaktiv. Ich mache immer meinen Parameter, meinen Kommand in die URL rein und sehe in der Webseite anschließend die Ausgabe. Ja, und da gibt es ein PHP-Parameter, Disable Functions, das ist so die Liste, die wir da immer setzen, mit einem aus Versehen zwischenrutschten Zeilenumbruch. Ja, auch sowas wie PHP-Info, das sehen die Nutzer natürlich immer sehr gerne, weil die das immer im Readme lesen, dass sie das Board XY installieren, nochmal kurz PHP-Info aufrufen wollen. Aber auch das wollen wir halt einfach nicht, weil da steckt zum Beispiel drin, was sind die Open-Base-Restrictions, welche Pfade sind denn mir zufolge nach auch interessant, und, und, und. Und wir verbieten das halt. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir allen unseren Kunden einfach eine statische PHP-Info-Seite anbieten. Also ich muss ja nun mal PHP-Info in der Datei umlenken, dann kann ich jedem User der Neue sagen, da unter der Datei siehst du die Ausgabe. Deswegen muss ich ja nicht die PHP-Funktion als solches erlauben. Und natürlich eben auch die ganzen anderen Brüder, Shell-Exec und so weiter, ProgOpen und so weiter, mit denen ich also vielleicht da irgendwie Sachen auf der Festplatte machen könnte, die ich von außen gar nicht haben möchte. Nächster Punkt. Ach so, genau. Manchmal kann es natürlich sein, dass ich das brauche. Mit Typo3 haben wir da zum Beispiel sehr gekämpft. Ich glaube, mittlerweile braucht auch Typo3 das nicht mehr. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe es schon lange nicht mehr angeguckt. Die haben das zum Beispiel benutzt, um darüber Grafikprogramme aufzurufen, um Menübilder zu generieren. Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil dann läuft halt sonst nichts mehr. Also es kann auch sein, dass eine Software sagt, ich brauche ein Exec. Klar, zu einem Grund hat man es ja auch in PHP eingebaut, damit man es benutzen kann. Aber auch das kann man dann umgehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch draufsteht. Ah, genau. Wenn ich so einen Safe-Mode nämlich habe, dann kann ich setzen einen Safe-Mode Exec-Dia und dann können nur Kommandos ausgeführt werden, die in diesem Verzeichnis liegen. Und dann richte ich einfach einen User-Local-PHP-Bin ein, wo ich die Programme, die das Ding nun mal benötigt, einfach reinkopiere, die 5, 8, 9, GD-Lib und was weiß ich nicht, Grafikprogrammchen. Aber da liegt dann eben kein If-Config und so weiter mit drin. Dann kann man eben nur Grafiksoftware-Kommando starten. Gut, wer jetzt ganz clever ist und das alles kapieren würde, der könnte auch sagen, ich mache eine GD-Lib, rufe die Grafiksoftware auf und nehme ein weißes Bild und inklude die Path-WD da rein und lasse das Bild ausliefern. Das würde funktionieren, aber so wie die Script-Kiddies mit ihren Scannern da durchgehen, das ist ja alles kein gezielter Angriff. Und wir gucken, ob das geht. Nein, es geht nicht. Keiner wird jetzt schnallen, dass er über die Grafik, also das wäre dann schon richtig ein gezielter Angriff, der auf mich abgestimmt ist. Das ist einfach eine andere Liga. Aber das haben wir zum Beispiel sehr schön gehabt auf unserem Typo3-Server früher, dass wir halt dadurch ganz selektiv erlauben konnten, welche Programme kann man denn starten, wenn ich sie schon unbedingt starten muss. Ja, der Klassiker ist immer noch, der ist mittlerweile nicht mehr default aktiv im Register Globals. Das kennen die meisten PHPler noch irgendwie, dass ich eigentlich auch mal ein Feature früher hatte, dass ich Variablen, die oben in der URL übergeben werden, ID gleich Test, dass ich die gleich als Dollar-ID im Skript benutzen kann und sie nicht extra initialisieren und einlesen muss. War eigentlich mal nett gedacht. Aber wie so häufig, nett gedacht und gut gemacht sind manchmal zwei verschiedene Sachen. Denn was jetzt natürlich passiert ist, dass ein Angreifer vielleicht Variablen übergeben und damit im Skript gesetzt definieren kann oder haben kann, die der Programmierer, wo der Programmierer nie damit gerechnet hat, dass die mal schon vordefiniert von außen kommen. Das ist so ein Beispiel. Sie können es ja mal kurz lesen. Ich hoffe, das kann man hinten noch erkennen. Was ist das Problem? Das Klassiker-Beispiel, das findet man auch an tausend anderen Stellen. Da habe ich mir nicht ausgedacht. Hier, Forum-Betreiber und PHP-Programmierer vor. Was ist das Problem? Ja, wenn ich oben eine Url, die vielleicht gar kein Parameter hat, wenn ich einfach nur oben in der Url sage, Ausgleich 1 oder 2 oder Yes, muss man kurz ausprobieren, dann rutscht der hier durch und der Gag ist halt, wenn das stimmt, dann setze ich Outgleich 1. Aber es steht nicht drin, dass wenn das nicht stimmt, das Out dann gleich 0 ist. Das heißt, ich setze das hier gar nicht und frage aber hier ein Outgleich 1 und kriegierst du Global, sorg dafür, dass Out den Wert 1 hat und schon darf ich rein. Also das wird in der Praxis so nicht programmiert werden, aber wenn ich an bestimmten Stellen sage, if Session type gleich Admin und ich habe das aber nie definiert, habe aber stattdessen mal gemacht, ganz am Anfang setze ich das mal, wenn da ein Admin ist, ich aber nicht die Negierung mache, wenn da kein Admin ist, setze ich es auf No. Dann ist das natürlich durchaus sehr lustig und Out ist jetzt so ein klassisches Beispiel eben dafür, wie man das machen könnte. Und das ist halt auch wieder ein Feature-Register, Global ist gleich Yes, eigentlich altbekannte Sache. Früher haben auch viele Skripte das noch erfordert, dann war es eben als Admin wieder schwierig, das zu setzen, weil Wikidiki super, hat dann gesagt, ich brauche das aber, soll heißen, ich bin halt schlampig programmiert, dann hat der User gesagt, will ich aber trotzdem haben. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass eine Software, die Register Global ist gleich, also ein professionelles, ein großes Projekt, kann nicht mehr so kaputt programmiert sein, also heute kann man das eigentlich gefahrlos nicht setzen, also auf No setzen und ich glaube, Paddefold, auf meiner Maschine hier unter Suse war es auch, glaube ich, jetzt in der aktuellen PHP-Version Paddefold aus. Sollte man aber zumindest einfach mal checken und kontrollieren, weil sonst reicht das eben aus und es wird gesetzt. Was die Programmierer dann stattdessen machen müssen, ist, dass die halt die Variablen, die sie wirklich von oben auslesen wollen, wirklich explizit einlesen und initialisieren, das ist eben der große Vorteil, dass ich als Programmierer genau weiß, was kommt von außen und das habe ich am Anfang dann mal gesetzt und dann weiß ich auch, dass alle anderen Variablen haben, die irgendwo mal vorkommen, eben nicht mehr beeinflussbar sind. So sieht das Ganze dann aus. Eine Möglichkeit ist halt zum Beispiel, dass ich einfach sage, Out gleich Null und danach mache ich erst diese Out-Entscheidung, wo es vielleicht wieder auf Eins wandert, aber egal, mit welchem Wert das von außen kommt, das wird auf jeden Fall erstmal auf einen definierten, sicheren Wert gesetzt oder eben, wenn das Register Globals eben an ist, dass ich dann sage, okay, alles, was ich brauche, muss ich eben über diese Get oder sonst was Aktion explizit einlesen, damit eben auch nicht UID gleich Admin oder sowas in der URL übergeben werden kann. Ja, schlecht programmierte Skripte laufen nicht. Das ist das kleine Problem dabei, wenn man es migriert und der Vorteil bei der ganzen Sache ist, schlecht programmierte Skripte laufen nicht. Die Medaille hat immer zwei Seiten und mich interessiert der Vorteil von dieser ganzen Geschichte. Also im Prinzip sind das lauter kleine und auch banale Kleinigkeiten. Wir nennen es das Zwiebelschalenprinzip, weil ich muss ja immer davon ausgehen, dass auch eine Sache versagt oder dass ich eine Sache einfach mal nicht benutzen kann, weil Typo 3 braucht das nun mal und so. Aber selbst dann habe ich ja auch immer noch die Sache, wie es gibt eine Firewall, die hat mit PHP gar nichts zu tun und so. Und das, was ich halt brauche, ist halt sowas wie, ich habe Base Deer, dass man nicht in fremde Verzeichnisse reingucken kann, wenn ich lokaler User bin. Ich habe Disabled Functions, sodass der User, der lokal ist oder remote ankommt, eben Kommandos nicht ausführen kann. Ich habe den Save Mode mit E, der halt eben sowas wie ein Exec Deer und so weiter ermöglicht. Die UID-Prüfung auf die Dateien muss man dann meistens wieder abschalten. Ich habe Register Globals, damit ich mich vor Variablen missbrauchen schützen kann. Ich habe das OLF Open und über allem, das fehlt ja, steht natürlich nach wie vor immer noch die Firewall. Ich verstehe bis heute nicht, warum in den meisten Unternehmen eine Firewall von drinnen nach draußen total auf Durchzug geschaltet ist. Totaler Quatsch. Wir können auch gleich mal ein bisschen sehen, ich habe ein Beispiel noch dabei, warum. Aber das ist meistens in meinen Augen ein großer Denkfehler, weil natürlich können Server nach Hause telefonieren und natürlich kann ich mich auf Servern einloggen. Wenn sich mein Server nach Hause telefoniert, kann ich mich auf dem Weg dann auch über die bestehende Verbindung wieder einloggen auf diesem System und es gehört mir an. Die Frage ist natürlich, warum geht das überhaupt? Und auch als Admin in einem großen Unternehmen will ich die Firewall sperren, weil sonst bringt irgendein Hirnigen Testsystem mit, stöpselt das an und wir wissen, nichts zählt so lange wie ein Provisorium. Nach zwei Jahren gibt es das System immer noch und das ist halt vielleicht schlampig konfiguriert, ist vielleicht auch nie richtig inventarisiert, aber das findet so seinen Weg irgendwie ins Netzwerk und auf einmal laufen da produktive Dienste drauf und da, da, da. Aber die Frage ist, warum darf das Ding nach draußen? Ich merke es immer wieder, wenn ich bei einem Consulting-Projekt beim Kunden bin und ich auf einer frisch installierten Maschine einfach mal ein Paket installiere und der sagt dann so, ja, ich gehe zum Debian-Server oder zum SUSE-Server, ziehe das Paket. Dann denke ich mir so, Kollege, warum durfte der jetzt gerade ein Paket aus dem Netz nachladen? Wir haben dir doch gerade erst eine IP-Adresse vergeben. Du hast doch noch gar nicht mit deinem Firewall-Admin telefoniert und uns freischalten lassen und dann sieht man schon ganz sofort, warum geht er rein? Wenn man am Browser aufmacht, meinetwegen nur textbasiert, www.heise.de und ich sehe die Startseite von Heise, kann ja sagen, okay, aber eigentlich können wir uns jetzt die Arbeit auch so ein bisschen sparen, so mit Blick auf Sicherheit. Was soll das? Ja, ich habe Ihnen jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, um das auch mal kurz praktisch zu zeigen, wobei ich sagen muss, ah, die Zeit fehlt mir ein bisschen, um das jetzt alles hochzufahren und zu zeigen. Ich zeige jetzt auch nur Screenshots. Ich habe das hier auf einer virtuellen Maschine, aber die Screenshots sind hier wirklich gemacht. Wir sehen einfach folgendes Beispiel, wir haben eine Domain Example.com, die hat eine Index.php und wir sehen eben genau, da ist jetzt so ein Billig-CMS implementiert, dass Dateien eben über Includes und dann eben Content 1 Ink irgendwie nachlädt. Also so ein Selfmade-CMS für Programmieranfänger. Das ist das, was wir dort einfach haben. Und was der Angreifer jetzt halt einfach mal machen kann, ist, dass er hier eben eine Remote URL angibt, um das eben nachzuladen. Und wie das Ganze aussieht, wäre dann ungefähr so. Ich habe ja auch so einen uralten Klassiker, die R57 Shell genommen. Das ist ein tatsächlich so recht mächtiges PHP-Script mit vielen lustigen Features drin. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also wer schon immer mal eine Administrationskonsole brauchte, für die einen ist es Hilfsmittel, für die anderen Waffe. Und was man dann halt sieht, wenn man es jetzt mit etwas mehr Zeit ausführen würde, dass in meiner Example-Komm-Domäne von hier, von diesem fremden Server, das Ding halt per HTTP runtergeladen wird, hier als PHP ausgeführt wird. Und in der Praxis ist es dann so, dass das natürlich häufig auch im Content der anderen Webseite angezeigt wird. Also ich habe natürlich oben noch das Menü und unten mein Navi-Bar oder weiß der Geier. Und drinnen wird natürlich der fremde PHP-Code ausgeführt. Das ist also meistens irgendwie dann auch schön embedded oder eingefasst. Jetzt habe ich hier nur mal diese Shell abgebildet. Ist ein bisschen klein zu lesen, aber dagegen geht eigentlich noch weiter. Es gibt noch eine zweite Seite. Und was wir da halt sehen, ist dann zum Beispiel hier oben das, was der Script-Kiddy-Angreifer halt so wissen möchte. Wo befinde ich mich eben ganz, was ist das für ein System, welche Version sind das drauf, unter welcher ID laufe ich und so weiter, was ist mein Working-Direktory. Das war komischerweise genau das, was der Kollege vorhin auch wissen wollte in der URL. Wird einfach mal so nicht angezeigt. Hier oben sind so die wichtigsten Parameter. Da muss er nämlich nicht mit PHP-Info nachgucken. Was ist hier an Support drin für Datenbänken und so weiter, Save-Mode ist off. Ja, Jungs, da steht nochmal schon gleich als erstes, ja. Scheint die Kiddies also irgendwie zu interessieren, ja. Kann man ja mal zur Kenntnis nehmen. Disable Functions None. Ja, da wird sogar eine grüne Lampe angezeigt. Wir sind im Paradies angekommen. Wie geil ist das denn, ja. Also, wenn man sich das anguckt, stelle ich mir ja mal die Frage, was interessiert die daran? Und dann ist das komischerweise das, worum ich mich als erstes ja auch kümmern sollte, ja. Und dann ist so süß, hier ist so ein kleiner, netter File Manager schon mal eingebaut. Da, wo ich bin, da liegt also die A57-Shell jetzt drin. Also, ich habe jetzt direkt auf Example 2 aufgerufen. Hier kann man so Run Command. Ich kann jetzt hier direkt Shell-Commandos eingeben und Execute drücken. Da habe ich also meine Shell, die er dann immer an System & Exec irgendwie ausführt. Ich habe direkt einen kleinen Editor drin. Ich kann Dateien also direkt umschreiben, ja, damit das nicht immer so nervig ist. Habe ich einen kleinen File Editor mit eingebaut, um da zum Beispiel den PHP-Code oder sonst was zu machen. Hier ist gleich natürlich eine Suche. Ich kann einfach mal nach Root und Admin oder sonst was mal so rekursiv eine Suche über den ganzen Webspace machen und so weiter und so fort. Und ich kann sogar hier unten direkt gleich PHP-Code eingeben. Also, hier oben sind Shell-Commandos. Da kann ich direkt PHP-Code eingeben, damit ich gleich noch eine interaktive PHP-Shell habe, um irgendwas auszuprobieren oder zu machen. Das ist natürlich echt lustig. Kann man klicken, muss man eigentlich kaum noch eine Ahnung haben von dem, was man da tut. Das ist auch nicht unselten der Fall, dass die Leute, also Hacken, eher mit sowas in Verbindung bringen, als mit selber machen. Aber jetzt gibt es noch eine zweite Seite. Ich habe das hier unten abgeschnitten. So geht das Ganze dann eben weiter. Hier haben wir noch den PHP-Code. Da waren wir eben schon. Ich kann natürlich Dateien hochladen. Dann ist hier, ich habe, glaube ich, eine aus Versehen mit einer russischen Version irgendwo mal erwischt. Das ist aber nicht wundern, da fehlen jetzt ein paar guerrillische Zeichen, oder was das ist. Ich kann natürlich auch hier noch fremde Dateien mit WGAD runterladen. Also, falls ich noch Snippets von mir mal da platzieren möchte, meine Backdoor, meinen Trojaner, meinen Code, muss ich jetzt nicht die Dateien mehr öffnen und mit Inhalt befüllen. Ich kann die gleich installieren und nachladen. Und hier unten ist auch noch ganz süß, hier ist ein kleiner Mailer drin. Ich kann Mail schreiben, hacker.gmail.com an billy.microsoft.com Das sind die Default-Werte. Sind nicht von mir. Also, muss man dazu sagen. Hi, Billy. Also, kann ich schon meine Mail verschicken? Ist ja wichtig, weil wenn ich Spam verschicken will über das System, dann interessiert mich das natürlich. Und hier drüben kann ich eben auch gleich Dateien verschicken. Also, ich kann gleich die Shadow-Datei einfach per E-Mail an mich rausschicken lassen, weil dann habe ich die und kann mir die in Ruhe mal angucken, was da so drinsteckt und kann ja gleich als Mail-Attachment mit E-Mail generieren lassen. So, das ist schon mal ganz nett. Und was aber ganz lustig ist, ist das, was hier unten eigentlich noch steht. Bind Port to Bash. Das heißt, ich kann jetzt, es ist ein bisschen schwer zu sehen, an Port 11457 oder irgendeinen anderen Port eine Shell starten. Natürlich in dem Fall erstmal nur mit den Rechten des Web-Servers, aber vielleicht dann auch, wenn ich ein SUO mache, kann ich ja auch Hutrechte annehmen, wenn ich das Passwort besitze. Und die tarnt sich übrigens ganz lustig in der Prozessliste als Perl-Prozess. Das wissen viele auch nicht, wenn ich einen Prozess habe, der läuft, kann der Prozess selber sagen, unter welchen Namen er bitte in der Prozessliste auftaucht. Also statt Bin Bash steht da, da läuft ein Perl-Skript und das hat einen Port offen. Und das sieht dann so aus, also wenn man hier dann einfach klickt, Bind, also hier auf den Startknopf drückt, dann startet er die Shell, bindet die an den Port. Und jetzt ist sie natürlich von außen erreichbar, nur wenn die Firewall das zulässt. Okay, klären wir gleich noch. Aber was ich dann an der Prozessliste finde, ist es sowas, hier haben wir den Port L457 und da ist ein Kommando angeblich Perl, ist total gelogen. Und das hat den halt als Listen offen. Und wenn ich jetzt ein Telnet auf die Konsole mache, liegt halt eine Shell vor mir. Sagen die Leute, ja kein Problem, haben wir eine Firewall. Aber was es halt auch gibt, ist hier dann ein Backconnect. Er bindet halt auch wieder die Shell an Port L457 und lässt sich auf seine IP-Adresse von seinem Hacker-Server halt zurückrufen. Und dann sagt er, alles klar und auf dem Weg kommt er dann wieder rein. Und wenn die Firewall das zulässt, haben wir vorhin schon gesagt, na, dann ist halt die Shell offen. Dann ist natürlich auch klar, Blick auf die Wortmeldung von vorhin, dass natürlich alle PHP-Restriktionen und so weiter Blödsinn sind. Aber die Frage ist, wie konnte er überhaupt nur eine Shell starten? Ja, weil System und Exec und Konsorten erlaubt waren. Aber selbst wenn ich das nur verhindere, dann wäre das da unten ja schon gar nicht mal mehr möglich. Und selbst wenn es dann ausnahmsweise mal doch notwendig ist, zu erlauben, gibt es eben eine Firewall, die das noch verhindert. Zwiebelschalen-Prinzip. Und ja, so taucht das Ganze dann eben in der Liste auf. Das ist auch immer der Klassiker, wenn es heißt gehackte Server und so weiter, wir wissen nicht, was da los ist, guckt euch das an. Das erste ist, guckt man natürlich immer alle Ports an und wenn man schon mal sagt, was ist das für ein komischer High-Port und der heißt jetzt auch noch irgendwie ganz unscheinbar und man macht einen Tailner drauf und hat auf einmal eine Shell vor sich, dann ist die Sache doch schon wieder relativ klar. Da gibt es auch noch ganz lustige Tricks übrigens. Die paar Minuten darf ich jetzt noch kurz überziehen. Das ist die Angreifer zum Beispiel, wenn das Ding gestartet ist oder eigene Backdoors, die starten und wenn die erst mal starten, gestartet sind und sich dann mit dem Port verbunden haben, dann können die ihre Datei wieder löschen. Die funktionieren weiterhin. Und wenn ich dann auf der Festplatte unterwegs bin und sage, ich finde hier nichts, ich finde hier nichts, grepp irgendwie, keine Ahnung, finde ich nicht, dann ist das tatsächlich schon wieder weg und solange der Prozess noch läuft, funktioniert er ja noch. Also man kann da relativ easy auch seine eigenen Spuren dann einfach verwischen dadurch. Das war auch das, was wir vor drei Wochen hatten, und da war auf der Festplatte echt nichts zu finden, weil die das immer nur hochgeladen, gestartet, gelöscht haben und nur in der Prozessliste sieht man dann was. Das Problem bei dem Hack vor drei Wochen war natürlich erstmal, die haben erst ins System rebooted und uns dann angerufen und dann ist natürlich die erste Diagnose erstmal völlig sinnfrei, weil klar, wir haben uns vier Stunden lang alles angeguckt, da war nichts zu finden. Es gab gewisse Hinweise in Logfiles, aber davon gibt es viele. Man gab da tausende von Dateien und ich habe tausende von versuchten Hacks, Nadel im Häufen im Prinzip, wo ist der, der funktioniert hat, weiß man ja nicht. Und dann mussten wir halt eben drei, vier, fünf Tage warten, bis das System wieder infiziert war und dann habe ich gesagt, nicht rebooten, erst anrufen. Das ist uns immer, also das ist halt immer so schwierig, die erste Hilfe bei, das ist ja auch mal ein Vortrag, die erste Hilfe bei Hacks, das ist immer so, wenn die Putzfrau den Tatort erstmal durchgefädelt war, Herr Kommissar, Sie können sich nicht vorstellen, wie das ja aussah, überall Blut, ich habe schon mal, und das ist halt das, was leider viele Administratoren dann erstmal machen. Und man muss halt wissen, es gibt halt viele, viele, viele relevante flüchtige Informationen und es ist natürlich nicht schön, das Ding dann am Netz zu lassen. Das Beste, was man dann eher noch machen kann, ja, den Netzwerkstecker heraus, ja, nicht den Stromstecker, das ist eigentlich, aber ja, das ist theoretisch auch schon doof, ja, weil auch da verändere ich was, aber das wäre erstmal irgendwie das Beste. Okay, so sieht das dann aus. Da ich jetzt nicht mehr Zeit habe, das Demoskript mit den Parameter, mit den PHP-Parametern zu verändern und dann, wenn man die Seite neu lädt, sieht man, dass eben Basel-Restriction-Effekt ist und das eben nicht funktioniert mit der Shell. Hier ist das, wie so ein Virtual Host zum Beispiel aussehen würde, auch als Doku für Sie zu Hause. Wir haben hier oben unten ein Basel gesetzt. Sie sehen, da fehlt, wie gesagt, das Temp-Verzeichnis. Wir legen bei uns zum Beispiel übrigens immer die Session-Phade und das Upload-Verzeichnis, also diese beiden, in separate Verzeichnisse, weil, wenn ich sonst ins Temp-Verzeichnis, also andersrum, wenn ich eine Datei hochlade, gucke ich normalerweise aus PHP-Sicht ins Temp-Verzeichnis. In aller Regel ist im Temp-Verzeichnis aber auch der Session-Speicher-Pfad. Das heißt, mein PHP-Skript darf da eben reingucken und kann eben auch auf Session-Dateien zugreifen, wenn die nicht in Datenbanken oder so liegen. Und darum trennen wir zum Beispiel Session-Pfad und Upload-Pfad voneinander, damit wir über Restrictions genau trennen können, da darf er reingucken, weil das die hochgeladene Dateien sind und da darf er nicht reingucken. Das ist auch ein Temp-Verzeichnis, aber das geht Ihnen nichts an. Per der Fold ist halt in den meisten das einfach Strich-Temp oder Strich-War-Temp. Und da ist dann alles drin und das ist ein bisschen schwierig zu trennen und darum trennen wir zum Beispiel das ganze Zeug. Entweder systemweit, dass ich halt War-PHP-Temp-Upload oder War-PHP-Temp-Session mache oder wie hier gezeigt, wenn ich wirklich das so aufziehen kann, dass unter einer Domain erstmal ein verzeichnetes Temp ist, ein verzeichnetes Session ist und hier oben ein verzeichnetes HTML ist, vielleicht dann noch ein verzeichnetes Log, wenn ich da die Log-Falz reinschreibe und so, dann kann ich das natürlich auch im Base-Tier entsprechend hier unten wieder abbilden, weil auch das Log-File soll der Angreifer natürlich nicht in die Hände kriegen. Und was hier oben natürlich noch ist, das ist eben, dass ich auch Domain individuell pro Container, also hier oben müsste ein Domain-Name eigentlich stehen, sagen wir, Safe-Mode ist an oder aus, ULF-Open ist an oder aus und Register-Global ist an oder aus. Also das, was ich vorhin gezeigt habe, das kann ich systemweit in der PHP-ini setzen, ja, aber wenn ich es im Einzelfall doch nochmal brauche, weil ich sage, die Präsenz braucht das jetzt, dann kann ich es tatsächlich Domain individuell einschalten, weil ich die meisten PHP-Parameter immer über dieses PHP-Admin-Flag dann im Container setzen kann und dann reicht Apache das durch. Also, selbst wenn eine Präsenz das braucht, heißt es ja nicht, dass 999 andere Präsenzen das deswegen auch anhaben müssen, wenn sie es nicht brauchen. Insofern kommt man auch tatsächlich im Sinne so einer Umstellung ganz gut damit klar, ich kann es aktivieren bei einem gestandenen System, bei einem gewachsenen System und die, die sich beschweren, sagen, hier geht nichts mehr, kann ich dann sagen, okay, für dich aktiviere ich jetzt in deinem Container wieder und dann sollten wir das in den nächsten 5 Monaten mal angehen und lösen, aber prinzipiell droht uns dann nur noch eine Gefahr über diese eine Präsenz und nicht mehr über alle. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Ja, Live-Demo, aber ich denke, das Prinzip ist jetzt soweit klar, ich kann es jetzt im Browser zeigen, wenn wir mehr Zeit haben, aber da sieht man jetzt auch nicht viel anderes, außer meine super duper selbstgemachte Content-Management-Seite, die nicht so hübsch ist. Ja, soweit. Noch Fragen, sonst was, Feedback, Kommentaren, Korrekturen von Ihnen? Traut sich keiner. Jo, ansonsten gleich noch vor der Tür, dann räume ich das Feld für den nächsten Redner und ja, wenn irgendwas ist, gehackt oder nicht gehackt oder sonst irgendwie oder vielleicht, was uns immer am liebsten ist, mal so präventiv, also bevor man gehackt worden ist, natürlich stehen wir mit unserem ganzen Team zur Verfügung, gerne auch 24-7, diese Rufnummer ist rund um die Uhr das gesamte Jahr bei uns besetzt, mit Leuten, die auch davon was verstehen, also auch nachts um drei und an Heiligabend, wenn es sein muss und insofern, wenn da mal irgendwas ist, freuen wir uns über einen Anruf und gerne auch, bevor man die Spuren verwischt hat oder vielleicht, bevor man so ein Projekt hochgezogen hat und anschließend sich überlegt, vielleicht hätten wir uns mal ein vernünftiges Konzept dafür machen sollen, wie das zu betreiben ist. Wer das nochmal nachlesen will, das und viele, viele andere Vorträge von uns stehen immer im Netz, gibt es im Menüpunkt Vorträge, da sind die alle drauf, oft eben auch mit Video oder Audioaufzeichnung, wer sich das lieber mal im Zug angucken will oder so, da gibt es viele ähnliche Vorträge noch dazu, natürlich suchen wir wie alle IT-Firmen Mitarbeiter, Berlin ist auch eine sehr schöne Stadt und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch der Wunsch für Sie nach einem schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Applaus 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 Applaus